Musik Musik Hallihallöchen! Ich bin eure Juna und das vierte Herrspiel der Abenteuer der kleinen Hexe meiner Wenigkeit, das Musical, kommt bald auf CD. Ich freue mich so, euch das mitzuteilen, denn ihr könnt das Ganze vorbestellen. Ihr schreibt eine E-Mail an infosantiago-zisma-at-web.de mit dem Betreff die Abenteuer der kleinen Hexe Juna oder ihr stellt eine Anfrage über den Santiago-Zisma-Instagram-Account. Wir freuen uns auf alle Nachrichten. Tja! Ach, die holen doch sowieso alle nur die CD. Wegen mir. Wegen mir der großartigen Runzier. Denn schließlich bin ich die schönste, die begabteste und die allertollste Hexe im ganzen Hörspiel. Ach, was rede ich! Auf der ganzen Welt! Ach, im ganzen Universum! Ja, 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 Runzier! Ja, ja, Runzier! Ja, Runzier! Ja, Runzier! Ja, Runzier! Ja, Runzier! Ja, Runzier!